Willkommen zurück zu einer neuen Glamzy Folge, Freitag der 13. mit Kreis, der garantiert kein Hotstepper ist. Ah, ich bin ein lyrical Gangster. Why the face, man? Why the face? I'm the lyrical Gangster, ich hab das Lied seit zwei Tagen im Kopf, ne? Murderer, excuse me, Mr. Officer, Murderer. Oh man, und mit dem muss ich zusammenarbeiten, und da ist schon Jason. Und ich bin im großen Packer-Nacker. Eierkopf ist Jason, Eierkopf, lass dich. Im großen Packer-Nacker-Split. Ja ey, da muss man direkt weg, wenn man da startet, direkt weg, weil da kommt der immer hin. Weil da gibt's halt Schokolade. Ah ne, ich will die Schusswaffe, ja, 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 Licht. Ah, come on. Eierkopf, go home. Eierkopf, nein! Unterstützen jetzt auch Sie einen Eierkopf in Ihrer Umgebung? Nein! Ich hab die Tür zugemacht. Eierkopf, ich bin sportlich, ich bin nämlich Rockerin und Yoga-Trainerin. Alter, Rock-Yoga. Rock-Yoga. Wer kennt das nicht? Wer kennt nicht das gute alte Rock-Yoga? Ja, da oben ist Sprit. Ja, da ist Sprit. Moment, bist du da oben, wo der Sprit ist? Ich bin da, wo der Sprit ist. Ja, das ist ja Packer-Nacker. Ah, Moment, aber hier ist bei uns auch Sprit. Unten am Love-Lodge. Am Love-Lodge. Moment, du bist ja auch direkt am Packer-Nacker. Das ist nicht Packer-Nacker, das ist Hodder's Pass. Nee. Das ist ja alles eins, das ist alles Packer-Nacker. Und dann Bratchy Hill. Mach zu! Am Swaggin' Cove. Am Lala-Palooza. Da ist ne Map drin. On a Map. Mr. Lala-Palooza, man. Lala-Palooza, Lala-Palooza. Ich hab was in meiner Husa. Mal hier, ich bin angriffslustig. Meine Hosarentasche. Meine Hosarentasche ist geschwollen. Da ist ein Hippie. Der kennt sich aber aus. Er ist ein Lurical Gangster. Das ist doch kein Hippie, Alter. Das ist ne Rocker-Tante. Für mich ist das ein Hippie. Kein Hippie. Okay, der geht raus und schlägt ihn. Ich geh raus. Ich mach Benzin. Ich will mit eurem Quark irgendwie nix zu tun haben. Ich will mit eurem Quark nix zu tun haben. Ich will mit eurem Quark nix zu tun haben. Lenkt ihn ab, ich tanke. Ich glaub als Frau mit kurzen lockigen Haaren kann ich das. Okay, das ist aber euch. Rennt jetzt bitte nicht zu mir. Warum rennt ihr schon viele Leute zu mir? Ah, jetzt kommt er zu mir. Geht doch weg, Mann. Ich versuche euch alle zu retten, ihr Idioten. So, Sprit ist drin. Ich nehme da Lurical Gangster. Ja, ist gut, Alter. Ist gut. Wir haben's verstanden, Kreis. Wir haben's verstanden. Hey. Ah! Baumschadenkopf. Baumschadenkopf ist doch dein bester Freund. Das würde der dich jetzt töten. Es steckt doch unter einer Decke. Ich kann nicht mehr joggen. Mach doch zweimal Taschenlampe für... Lass mich am Leben. Obwohl ich glaub, er hat's dir auch ein bisschen dumm genommen, dass er sich über seinen protestverformten Kopf plötzlich gemacht hast. Ich glaub, das hat er dir ein bisschen übel genommen. Das hat nämlich auch in meinen Kommentaren, so reden die über mich. Ich ess meinen Pudding jetzt im Schrank. Ja. Die haben mich gar nicht lieb, die beiden. Und ich hab dir vertraut, Kreis. Hab dir meine... Meine Krankheit anvertraut. Ey Leute, mir geht's echt schlecht. Ich kann kaum noch was sehen. Ich hab'n Deo. Ich hab'n Deo. Wenn du zu mir kommst, werde ich dich bespritzen. Gebe ich dir ein bisschen Spritzi. Hä? Ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Komm zu mir und du kriegst einen Spritzmund. Unten am Spritzmund-Mountain. Am Spritzmund-Mountain. Da verlor ich meine Unschuld. Mein Onkel Butt, der hat mir Sachen gezeigt. Die waren nicht sehr gut. Mein Onkel Butt, der macht die Schlappe. Eine Zwei in Erdkunde, aber seelisch zerstört. Okay. Okay. Was? Eine Zwei in Erdkunde. Aber eine minus vier in Seele. Oh Mann ey. Er hat mir die Tore herbeigebracht und noch andere. Eierkopf, lass mich! Ja, mach ihn kalt, der hat mich über deine reformierte Kopfform lustig gemacht. Nein, ich kann mich nicht mal selbst umbringen. Ja! Oh nein, er hat mich. Aber hast du noch ein Messer? Nee, leider nicht. Mach der dich fertig oder lässt er dich noch mal hier? Boah! Der hat ein Messer vom Tisch genommen und mir das einfach in den Bauch gesteckt. Alter, das ist eigentlich ein Kiel, der existiert so gar nicht. Alter! Ich bin auf einmal geschrumpft. Irgendwie war ich nur noch... Ich war nur noch 1,10 Meter groß auf einmal. Ja, das ist nämlich Hausmannsvoodoo. Hausmannsvoodoo, vier in Erdkunde ist jetzt... Minus vier in Erdkunde. Nee, in Erdkunde zwei. Schreiben die Leute alle. Ich hab auch zwei in Erdkunde. Minus vier auf Seele. Mein Onkel Bart hat nachgeholfen. Minus vier auf Seele. Ey, kann die Frau auch das Hemd eigentlich anziehen? Die Rockerfrau? Ja... What? Was ist das jetzt hier wieder für eine Verurteilung von dir? Nur weil ich ein bisschen rockig bin, ja? Und das gleiche Geschlecht liebe... Ich gucke aber gerade bei einem anderen zu. Der ist auch rockig. Heißt das ja nicht, dass ich nicht hier einen Pullover tragen kann, der für Frauen ausgelegt ist. Also bitte. Ich kann auch ganz Mutter sein unter der harten Schale. Ja, aber guck mal hier. Dach Hexer oder was macht sie? Oh! Wie wollen die den töten? Ich glaube schon. Er hat auf jeden Fall einen Pulli und eine Axt. Aber Harvest ist nicht da, oder? Ich will eigentlich nur das Auto irgendwie zum Laufen kriegen und mich dann verdudeln. Irgendwer repariert gerade das Telefon. Doch, Harvest ist auch da. Okay, sie wollen ihn holen. Der Potato-Seller. Ich glaube sie kriegen den. Naja, er ist auf jeden Fall in der Nähe, oder? Ich hör die Musik. Ich muss sagen, die Rockerlady hat aber trotzdem, auch wenn sie ein bisschen speziell aussieht, einen geilen Arsch. Ach, ey. Ich weiß nicht. Ich seh die Welt halt so nun mal nicht. Ja, es tut mir leid, dass ich ein primitiver Macho-Mann bin, der auf Frauenerschen darf. Entschuldigung. Oh, ey. Alle schlagen daneben. Eierkopf wehrt sich. Und? Gibt es Tote? Eierkopf wants to die, don't want to die. Was? Die die die. Er sagt die ganze Zeit die 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 die. Die 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 die. Die 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 die. Die 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 die. Wir graben eine Grube und suchen nach viel Gold. Die 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 die. Oh, jetzt haben sie ihn. Irgendwas geht hier. Jason. Sie haben ihn. Oh. Die die. Eierkopf. Die Demütigung. Er hat aber auch ein Gesicht. Der freut sich aber ein bisschen. Guck mal, der lächelt doch. Hast gesehen? Der lächelt. Er ist aber kein Lyrical Gangster mehr. Jason. Oh, Eierkopf. 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 Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ja, weil du immer nur auf die Billo-Lobbys wartest, bis du dann Jason bist. Auf die Billo-Lobbys. Ich wünsch dich wert, Jason. Also, oh, kais. Hör mal hier im Voice-Chat. Die sind alle zwölf. Hoffentlich werde ich Jason. Dann kann ich... Das sind ja die gefährlichsten Spiele. Die haben am meisten Zeit. Eher muss ich mit den Senioren spielen, die sagen... Muss ich jetzt klicken? Ja, Oma, jetzt klicken. Und dann auf den Jason? Ja, jetzt auf den Jason klicken, Oma. Und dann ist der tot. Kann der da nicht mehr aufstehen? Nee, Oma, der kann nicht mehr aufstehen. Der ist ja wirklich bezwungen. Okay. Das ist die Lobby, in die ich rein will. Und nicht irgendwelche zwölfjährigen Supercracks, die nur ein Spiel haben. Äh, ja... Boah, geil. 2.300... Es gibt nur mal Menschen, die können nur ein Spiel haben. Millionen Punkte. Also, ich wurde aufgeschnitten. Alle anderen? Nee, Damian wurde noch zerhackt. Du bist seelisch minus 4, mein Freund. Ja, ich... Seelisch 4 minus, äh. Aber Erdkunde 2, wie immer. Ja, mein Onkel Bartsch hat mir das Kartenlesen beigebracht. Wer darf die Karte wählen? Du doch bestimmt wieder, ne? Ich! Alter, er darf immer. Er ist irgendwie der Mapmaster. Jetzt mach mal irgendwas anderes. Nicht immer dieses dämliche Pekka-Necka. Geben an den großen Crystal. Big Crystal. Crystal Lake. Der große Crystal Lake. Der große Crystal Lake. Der große Billy Crystal. Schau mal, da kommen sie rein, die Kinder. Und wollen mitspielen. Okay, Bro. I know... You like this, guys? You fucking pidere. 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 Oh nein, Boy Toi Roy. Boy Toi Roy is back. Der Schlimmste, Mann. Ich find den voll ätzend irgendwie. Weil er alles kann. Weil er alles... Er kann joggen. Er kann hacken. Joggen, hacken, graben. Er ist Pro-Gamer, er ist ESL F13 Er hat alle Patente auch 1, 2, 3 und die 6 1, 2, 3 und die 6 hat er, ja Er hat alle Patente Es ist halt mies Aber er wartet auf Luft, er kann doch nicht abspringen Sag ich dir Wir müssen erst auf gute Luft warten Butter Lose Eier Lose Eier Oh Mann, was für ein Typ Er hat ein Klassiker, ne? Ist ein Klassiker, ok, ich hab Schlüssel Ich hab Cracker Ich hab immer ein Päckchen Cracker dabei Ich starte mit Cracker Alter, jetzt haben wir das Geheimnis So einen Perk gibt es eigentlich gar nicht Doch, das gibt es Das wurde ja extra für ihn reinprogrammiert Das hab ich sogar zuhauf, das Perk Zuhauf Das muss ich schon immer wieder löschen Weil es immer wieder kommt Weißt du, was ich zuhauf hab? Deine Mom Ja Die ist ja auch ein Hauf Ja Es ist nichts mehr da zu essen Gehen Sie Pizza Sie haben schon die Ernte gefressen Guck mal, da sind schon voll viele Leute am Auto Oh nein Und ich werd geholt Warum? Bist du auch am Auto? Nee, weil er hier direkt bei mir ist Und mich haben will Ich hab keine Karte, nix Wir haben ja nix Wir haben ja nix I'm the lyrical Gangster Er hat hier dunkel gemacht Er will irgendwelche Psychospiele mit mir machen Oh nein ey, wir brauchen Sprit Aber ich weiß nicht, ob Damian sein Freund ist Ich habe diese Personen unter Verdacht Ich jogge mal weg Ich jogge mal vorsichtig weg Er ist der Hot Jogger Mann, da hätte ich Ding machen können hier Harvest Call Caller Mach Harvest Alter, er hat sogar dieses komische Sonargeräusch Ich dachte, das kann nur der Muscheldipper Jason Der Muscheldipper Jason Nein, nein Was hat er gemacht? Ja, instant teleportiert Alter, wie schnell Ich konnte gar nix machen Der kennt sich gut aus Der kennt sich gut aus Alter, er hat mir Kopfnüsse gegeben Endlos viele Kopfnüsse Du gestorben Du gestorben Ich war ja auch wieder ewig weit weg von allen anderen Ich war super weit weg vom Schuss Und die ist in ihre eigene Bärenfalle rein Ich glaube das nicht Oh Mann Wie macht der den Harvest gecallt, ne? Weil das Harvest Haus war irgendwo da hinten bei mir Aber ich war Ja Ja, das meine ich Alter, was war das denn? Ajo Ajo, instant teleport Ajo Ajo, Baby, Freistoß Ajo Roy Montana Das ist aber Wo ist dein Körper hin? Ich weiß nicht Sie haben dir deinen Körper genommen Bei mir steht nur du gestorben Toll, ich hatte Benzin und einen Schlüssel Das liegt jetzt alles da rum Und Cracker Ist auf jeden Fall Da vorne ist Eierkopf Oh nein, der vermint alles Verminungskopf Ja, Jason in einem Fatsuit Das ist dir keine Chance Nee Oh, guck mal auch instant teleport Alter, guck dir seine Augen an Fall gleich raus Aus seiner Backen Die er blustert Was? Boah, es war das eben gerade Alter Es steckt im Schienenbein Ja, ja Es steckt im Schienenbein Alter Arrow to the Schienenbein Nee, das ist extrem gefährlich Also Seine Karriere als Abenteurer Die kann er, glaube ich, vergessen Ja Und falls er das überleben sollte Steht er auf jeden Fall an der Sepsis Ey, wo sind denn auch alle hin? Nobody is alive Guck mal, wie schnell der ist, der Dude Weißt du, man merkt halt, es ist kein Original Jason Weil er die Behinderung von dem Original Jason halt nicht hat, ne? Ja, stimmt Der hat ja irgendwie so eine Hüftdysplasie oder sowas Ja, und Down-Syndrom hat er auch Stimmt Jason Downey nennt man ihn, nämlich Robert Jason Downey Jr Ja, das war früher sein Spitzname in der Arcade-Halle Downey Jr Mein Vater war schon ein Downey Oh, guck mal, da hinten hat er ihn zerhackt Oh, da könnte noch jemand den Harvest rufen Ah, nee, das ist das Polizeihaus Nee, das ist das Harvest-Haus Der macht nur hier wieder einen Strom an Den er mir genommen hat, damit ich Harvest nicht rufen kann Oh, oh, Eierkopf Oh, oh, Alter Ei, ei, ei Oh, Messerangriff Aber Eierkopf ist mit allen Messern gewaschen Glaub mir, das ist so ein Mann Der hat sie, ne? Der macht die Tür zu Hä, hat die Tür explodiert bei dem? Ja, ja, irgendwie schon Hat sie eingetreten Black Power hat sie geschrien Alter, ja Boom Black Power Sie hat doch den Film gesehen Sie hat doch Black Panther gesehen Oh, oh Okay, jetzt muss sie Callen Vielleicht Mit ein bisschen Luke Nee Sobald er hört, dass sie da ist Achso, achso Entstimmt Harvest ist es Ja, aber Trotzdem muss sie ja dann fliehen Bring me to the Harvest Ich mach ihn kalt Wie weit können wir das hinkriegen? Und wer wird der Hotstepper? Noch keiner Noch haben wir keinen Hotstepper-Eierkopf Ah, Eierkopf darf hier in Hotsteppen Unten am Hotsteppen Und jetzt Instant Teleport Boah, was ein Ding, ey Ja, der kann schon gut Crabporten Alter, wie schnell schmeißt der denn die Messer? Ja, ne, der hat doch Hacks Hat nicht diese Krüppelfingerchen, die der Original-Jason hat Das sind doch Hacker am Werk Guck mal, wenn der jetzt aber hier, ähm Hingerichtet wird, weint keine Mutter, ne? Da weint keine Mutter Ja, der hat keine Er ist ja nur, er ist ja nur Fan Er ist nur Fan Er ist nur Jason-Fan Was macht Eierkopf da? Ja, ja, hier Er hat einen Schlüssel, er hat Sprit Ja, 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 ja Batterie ist drin Alter, ne, da ist Hacker am Werk Hacker am Start Auf jeden Alter, wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie hat er denn sich teleportiert und geschlagen? Ja, ja Ey, kannst du mir nicht erzählen, dass er das auch jetzt in dem Moment genau mitkriegt? Die Tussi lässt er in Ruhe, oder was? Welchen, ja, ja, welchen Indikator hat er denn das? Alter, wie grob schmeißt du die Messer? Guck mal, wie schnell es sich reinhacken kann, der Typ Er ist der Original Jason Ich weiß nicht Er muss die Cracker, er hat die Cracker aufheben müssen Cracker Alter Siehst du, guck mal Nee Nee, Hacker Hacker What? Ja, nice, nice Hacker Und jetzt machen die noch eine Show, oder wie? Jetzt schreiben wieder alle Er ist nix, Hacker Er hat geheime Perks Er hat, äh, schnell, schnell Perk Auto-Aim hat er auch Ach nein, was macht er denn jetzt wieder? Die darf sich noch alle Punkte gönnen, oder wie? Ja, oder die beiden arbeiten zusammen Oder sowas, ja Weil so punktgenau wieder teleportiert Müsste ja irgendjemand sagen Jetzt teleportieren Die Haare Er holt sich halt alle Punkte Ja, ja Blame, Mann, Blame Das geht? Kannst du Leute im Auto noch so schlagen? Ja, kannst du Lame, Alter Schon lame, ja Ich glaub, wir brauchen gleich eine frische Lobby Mit frisch Menschen Irgendwie schon Er wird auf jeden Fall geteamt Weil, ey, komm Der war sofort da Und das war ja kein Kein Slime Hä? Ja, wie will er das denn wissen Dass sie jetzt genau da um die Ecke fährt? Ja Okay, das ist richtig lame Das ist richtig lame Ach komm schon Wie lange geht das jetzt? Wahrscheinlich wieder zehn Minuten Das war richtig, richtig lame Jetzt komm Bring's doch zu Ende Weil er kann ja nicht Also wenn du mit einem normalen Jason spielst Dann weißt du Er kann ja nicht einfach irgendwie Punktgenau so teleportieren Und dass du dann ins Auto reinfährst Besonders weil die ja noch zur Seite ausgewicht sind Weil will er denn sowas wissen? Weil will er die Fahrbahn des Autos so genau wissen? Erst dachte ich, okay, vielleicht ist das einfach gut Aber jetzt denke ich, auch er hackt Ja Weil so kriegst du's nicht hin Ja, komm Äh, irgendwas ist da Irgendwas ist da nicht koscher Irgendwas ist da sehr, sehr fishy Okay, all set Holy shit, we've started Bei mir hat sie gesagt Time to get out of here Ja, bei mir war sie ganz verwundert Dass die alte Mühle hier nochmal los geht Ah, und jetzt fährt er nochmal den anderen Weg zurück Dann fährt er wieder gleich irgendwo in den Wald Ah, ist das nicht schön Och, come on Och, come on, ey Guck mal, der joggt da schon da hinten Oh, hat er's doch noch gemacht, endlich Ich dachte schon, wir können heute gar nichts mehr aufnehmen Nee, das hab ich auch schon Es wär vorbei Ja, definitiv Lobbywechsel Verstehst du Ja, man ist mir ein bisschen zu fishy Die Welt da draußen, die wartet auf mich Ich bin Besitzer eines neuen Grillapparats Ja, schön, dass du uns Auszüge aus der Welt der reichen Menschen gibst Naja, gut Während das Bauernvolk sich die Tonne teilt Ich hab vier Holzstöcke genommen Und ich hab die draußen Die Tonne, die wir normalerweise nehmen Um uns nachts die Hände zu wärmen Hab ich halt ein Stück rausgeschnitten Und das benutze ich als Grillblech Ja, danke, dass du den anderen Obdachlosen Die Lebensexistenz geraubt hast Gut Ey, das war meine Tonne Ich hab die zuerst gesehen Neue Runde Glitchy-Doodle-Jason Alter Glitchy-Retro-Super-Jason Den hab ich schon lange nicht mehr gesehen Den kennt aber schon Den hab ich schon ewig nicht mehr gesehen Wer spielt denn so ein fancy Guy? Was am I gonna do? Also wer traut sich denn so was zu spielen? So ein Glitch-Jason? Weiß ich auch nicht Muss ein ganz geiler Typ sein Irgend so ein verrückter Irgend so ein geiler, verrückter Dude Dude, der vielleicht einen anderen Dude spielt Vielleicht Ich hör schon wieder die Musik Ist das Lizenzmusik in der Nähe? Da musst du immer aufpassen, YouTube Kreidet dir alles an Oh Kreis Ich kann deinen Snooze nur riechen Kreis Ja, was ist das dann? Das ist eins von hunderten Oh, wer ist denn das? Wen hab ich denn hier? Und tschüss Mein Snooze nur Es riecht ein bisschen nach verbrannter Waffel hier Kreis muss bei dir sein Warte, ich hör hier noch jemanden Oh, da gehen die Kinder schon raus Am geilsten war gestern Da gehen sie schon raus, die Kinder Ich hab gestern Ich hab mir gestern Kein Witz, ne Meine Tochter ist sehr jung Und ich lag gestern so auf der Couch Und sie hat so mit ihren Drachen und Dinos Irgendwas auf dem Boden da aufgebaut Und ich hab mir ein YouTube-Video angeguckt Und da spielt jemand ein Spiel Da läufst du halt so durch die Gegend Irgendwann setzt sie sich neben mich und sagt so Papa, was macht der? Dann hab ich gesagt, ja hier, der muss Rätsel lösen Ist ja ein Detektiv Ich sag, ja, sowas ähnliches Und dann sagt sie, was macht der denn? Und dann musste ich mir irgendwas einfallen lassen Oh nein, sie hat ein Messer Dann hab ich gesagt, der sucht den Ausgang Und dann sieht sie in dem Spiel eine Tür Und sagt quasi zum Handy, zu der Person, die gerade spielt Da ist er doch Sagt sie, da ist doch die Tür Oh, siehst du das denn nicht? Das ist der Dämmel Ja, so Und ich dachte mir so, ja YouTube every time YouTube every time Es ist wirklich so Ja, das ist, ich sag ja Gib deiner Tochter einfach nur ein paar Spielevorschläge Also kinderfreundliche Spiele Es war halt nicht die Tür, die er brauchte in dem Moment Aber, ne? Ja, aber weißt du, so kannst du testen, ob Spiele ankommen Na, findest du das hier gut mit dem bunten Hai? Oder willst du eher das mit dem Drachenzähnen? Ja Drachenzähnen! Ja Und dann weißt du, aha, alles klar Dankeschön, Baby Ja, ja Ja, ich setz mich hin Oh, guck mal hier Das Spiel mit diesem Zoo mit Dinosauriern Oh, das ist ja voll geil Okay Ja, ja So ist der Test Das ist die Richtlinie Siehst wie ein, äh, wie sagt man, ähm Wie heißt das hier? Ora, äh, Orakel? Orakel, ja doch, ein Orakel Das Spiel-Orakel Das YouTube-Orakel Ja, das Game-Orakel Einfach sagen Und, gefällt dir das? Do you like this? Findest du das Spiel gut? Ja, das ist super Okay Oh, wie langsam Jason aber auch Türen aufmacht Weißt du, ansonsten so ein Ja, weißt du Lobiger, grober Mann Und dann auf einmal macht er hier auf Oh, die Tür gehört Mutter Hm Mutters Tür Mother Door Wenn die kaputt geht Dann gibt's aber wieder Hiebe Was machst du? Keine Liebe Was machst du? Wo bist du? Geh weg Ich hör deine blöde Musik Komm, kleines Kind, komm Aha, deine Lippchen duften Nach Mandeln Mandellippen Die Mandellippen Der Mandalippia Komm her Retro Jason will mit dir schmusen Ja 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 Ich muss das hier mal mit Da schlag doch das Fenster Meine Güte Meine Güte Meine Güte, Mann Güte, Güte Güte, Güte Kriegst ja Anfälle Güte, Güte Ach, ja Ach, ja Ach, ja Alter, die Tür ist ja super robust Scheint der Deutsche zu sein German Doors? Ja, German Doors are unfair Oh oh, was geht denn da hinten? Was geht denn da hinten? Ah, der will da snooze Ey, ey, ey Was ist hier für Was ist das? Rennen sie ja alle rum Nimm die Girls Hau ab Oh nein Er will ins Haus Oh, die Kids Please, Jason Guck mal, ich kann das nicht zerlegen Jason, bitte Lass doch einfach die Kinder in Ruhe Wir hatten doch immer Spaß zusammen Nein, hatten wir nicht Unten am Strand Nein, hatten wir nicht Weißt du noch Ja, das war nicht schön Wir hatten die Füße im Sand Oh, die schlagen auf mich ein Du durftest den Sand zwischen meinen Zehen Zwei Kids, ein Knüppel? Oh Gott Ja Das ist doch wieder so ein Film Das ist wieder so ein Film Oh, Eierkopf mit einer Batterie Ziemlich illegales Batteriekopf Ziemlich illegales Movie Oh Das war ein Messer Genau in die Hüfte Das lähmende Messer Das lähmende Messer Das lähmende Messer Das lähmende Messer Haben die schon ein Auto? Nein Nein Was machen die mit dir, die Kinder? Eierkopf, du kannst nicht entkommen Alter, das gibt es nicht Das gibt es nicht Ist doch doppelt frisch Hält er dich doppelt frisch? Ja Ja Lass doch einfach die Kinder ein bisschen essen Nein Ich kann die Kinder Nein Ich hasse Sommer Da habe ich immer so schwitzige Füße in meinen Glocks In meinen Retro-Crocks Crocks Wirklich Ich habe Glocks an Das ist die Billigvariante Wiedersehen Da fährt er davon Da fährt er in Frieden davon Ich will hier die Jugend Ja, ja Ich will die Jugend Ey, das gibt es nicht Wir haben dich dominiert Komm, gib mir ein Vogelbecken-Kill Was? Ne, jetzt Er hat hier so einen Supertop Der Supertop Ohne Scheiß Oh, guck mal Er disrespected Das ist frech Das ist frech Also, wirklich Alter Der hat doch einen Topf-Perk Oh, der Topf ist kaputt Jetzt hat er verloren Jetzt hat er verloren Jetzt ist er raus Kannst du vergessen Ja Alter Was findet er denn da jetzt noch Putzkopf Das ist ja Wahnsinn Es ist ja Wahnsinn Also, diese Kinder, ne Ich wollte die gerade schön mit dem Brunnen kalt machen Ich hatte gerade vor, einen eleganten Brunnen-Kill zu machen Chaves ist auch wieder da Wäre witzig, wenn Kreis ist, als Chaves wiederkommen würde Ne, ne, es war mein Beifahrer Mein Beifahrer wurde geharvest Ey, die wollen mich kalt machen Alter Die wollen es wissen Alter, sein lilanes Schleimgesicht Oh, jetzt hat er verloren Ab durchs Fenster Was? Ah, das Messer Was hat der in deiner Hand? Wieso hat der bei mir einen Baumstamm in der Hand? Er hat einen Baumstamm Das ist die riesige Wieso hat der so eine riesen Axt? Alter Alter, was ist das für ein Cheat? Siehst du das auch? Please, no Siehst du das? Alter, er hat einen riesen Baumstamm Ja, ja, ich weiß Da ist ein riesen Baumstamm Was ist da passiert? Hier, guck mal Alter Kehlkopf Zack Ey, die wollen mich, ne? Alter, diese riesige Axt Die wollen mich jetzt jagen Ich muss mich verstecken Er hatte eine riesen Axt in der Hand Ich hab's gesehen Oh What? Ach, die sind beim Auto Die sind beim Auto Also hier wär jemand Aber hier ist niemand Diese Kinder, ne? Mit ihren riesen Axten Alter Eierkopf Ich hab die dickste Axt im Taum Ja, wirklich jetzt Kommt ihr mit so einer Mega-Axt um die Ecke Wo ist der Dude? Hä? Hä? Ah, doch Er ist hier drin Er ist hier drin Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott Was machen sie mit meiner Mom? Oh Die dippen deine Mom Wirklich? Ja? Alter Da stehen so Töpfe Die das Wasser sammeln Und die pinkelt rein Au Meine Mutter wird gedippt Okay Okay Den Den Sportler da hinten Den Sportlerknaben Den hol ich mir Den Sportlerknaben Ich glaube wir werden heute den Tod des Retro-Jaws sehen Nein werden wir nicht Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn sehen werden Sie werden dich holen Nein werden sie nicht Jetzt bist du Jetzt auf einmal bist du der Gesuchte Guck, guck Aber deine auffällige Musik Nein, nein, nein Nein, nein, nein Am Leben und am Leben Sie haben die Riesen-Axt Sie hat sich von der Riesen-Axt erschrocken Ja, klar Oh Gott, ist das ein Knüppel Hat die sich gedacht Okay, die wollen mich also holen Sie hat die Riesen-Axt genommen Es ist doch unfair Sie hat die Riesen-Axt wieder hingelegt und geschrien Moment mal Er hat die Riesen-Axt genommen Havis hat die Riesen-Donner-Axt Das große Tor Nein, das ist doch unfair Alter Alter Wollen wir dich mit der Riesen-Axt killen? Oh, was ist das denn für ein lames Play, Alter Das ist auch loose, ne Das ist jetzt schon loose Also, das ist ja jetzt schon loose Ja klar für dich loose Warum? Ja, wenn du dich jetzt 10 Minuten versteckst Hast du auch geloost Ne, ne, ich lock die an Ja Das ist nur hier gerade meine Trap-Tancen zu erhöhen Ich will die irgendwie rein trappen Die warten auf dich Warum nimmt er nicht die Riesen-Axt? Ich dachte, sie killen Retro-Jason mit der Riesen-Axt Aber sie wollen es vielleicht nicht riskieren Holy shit Is that a dead body? Er steckt mich Ey, komm Ey, der Jason-Retro-Kill mit der Riesen-Axt wäre doch mega Nein Nein Alter, bitte nehmt die Riesen-Axt Havis muss die Riesen-Axt nehmen Leave me alone Ey, was ist das für eine riesige Axt? Gib Havis die Riesen-Axt, ja Alter, das Ding ist gigantisch Und verdammt unfair Krieg ich die am besten da raus Äh, sie sind schon draußen Ah, shit Sie stankt dich Komm schon Du schaffst das, Jason Du schaffst das Alter, was ist das für eine riesige Axt? Hä? Nein Er ist unsichtbar Ja, der Trick des Jahres Ja Was? Was? Steht da mit der Riesen-Axt Was? Wieso? Was hast du gemacht? Du bist unsichtbar geworden Ja, ich hab mich teleportiert genau in dem Moment Oh, voll assi Ey, es wäre so geil gewesen Anstatt zu sagen Ey, guck mal, überleg mal Guck mal Weißt du Ein schönes Video An dem alle Spaß gehabt hätten So Das lässt er Das lässt Diese Situation Das lässt er sich entgehen Nur um seiner Siegesgier Befriedigung zu 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 Alter Das ist schon Das ist schon harter Tobak Deswegen bin ich ESL-Spieler Also, ich sag ganz ehrlich Ich hätt mich killen lassen So Ich hätt das gern gesehen Ja Ich hätt gern den Jason Retro-Kill mit der Riesen-Axt Das kriegen Die Situation Kriegen wir nie wieder Natürlich Eyakopf kennt den Hack Das ist die einzigartigste Situation Eyakopf kennt den Hack Ja Ja Beste Folge ever Guck mal Ey Ich wollte schon sagen Er traut sich nicht mal greifen Ja, ich weiß Ja, ich weiß Was uns besser von Fabels geholt hat Ah Die Riesen-Axt Wird dich vollartig geknüppelt Keine Chance Gegen diesen Trickster-Jason Glitcher-Jason Das war absolut Glitcher-Jason Dann auch noch ein Glitch genutzt Dann auch noch ein Glitcher-Axt Alter, die Riesen-Axt Schau sie dir an Schau sie dir an Ich glaub, sie brauchen eine Brille Ja Retro-Jason Mutter ist stolz auf mich Slow-Clap Würde man Würde ich jetzt Auf Twitch Würde ich jetzt Slow-Clap Weißt du, die waren mir einfach zu sehr darauf aus Mich zu killen Ich musste den Trick einsetzen Um herauszufinden Ob es funktioniert Das wär so Also ich hätt's gern gesehen Leider können wir das jetzt nie wieder Ja, Quatsch Eyakopf weiß, wie die Riesen-Axt geht Das war die größte Stern-Schnuppe am Himmel Aber Wir haben sie verpasst Ja, der, weißt du Der Siegesgeiz Der Siegesgeiz Ja, ja, ja Ich bin einfach ein ehrgeiziger Mensch Dafür kann ich nix Ja, doch Schick dir meine DNA Nee, nee Das ist was, was man Raubt ihr DNA Verhalten kann man immer ändern Das muss man sich nur anträgieren Geht nicht Doch Das war mir nicht möglich Ich musste gewinnen Bis zum nächsten Mal Ja Tschüss Wiedersehen Wie wär geschrumpft Ja Wär